Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir Logress aufgesucht, um nachzugucken, was mit dem Prinzen so abgeht, beziehungsweise der Stadt im Allgemeinen, wie weit die Domäne reicht. Und es ist erschreckend. Es ist auch erschreckend, was als perfekte Unterdrückung gilt. Eleanor, wussten die Exorcisten darüber, wenn sie mit Artorias helfen konnten? Sie können nicht. Die Exorcisten, die ich weiß, hat für eine Welt, wo die Menschen leben können, in happiness und peace zu leben. Aber dann, wie Sie erklären, dass die Exorcisten akzeptieren, was passiert ist? Vielleicht ist das nur was ich, was ich zu glauben. Es könnte sein, dass Inominat's suppression auch die Exorcisten ist. Du meinst, Inominat könnte haben sich kontrolliert von ihren Willen und machte sie ihre Herzen? Das ist komplett believable. Exorcisten sind zu schwer, um zu offen zu werden, um zu viel Persuasion zu sein. Wenn ich mit der Abbe, könnte ich das Welt auch akzeptieren. Vielen Dank, Lafisette. Es ist deine Kraft, die meine Herzen von Waffeln zu verbrechen. Du wirklich denkst, so? Natürlich. Ich habe ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Hm. Ich glaube, es ist ein guter Ding, dass ich dich entstanden habe, dann. Das ist wahr. Ich habe dir meine Gratitude, auch. Vielen Dank. 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 Wait. we talked about this? Yeah. You agreed that I should use my knowledge to advance fishing technology and stabilize the world's food supply, remember? Oh. Yes, that's right. Shape up, Dad. What's the problem? Drinkin' too much? Just a nightcap before bed. And if you need some rest I'll take the boat out myself today. Like I'd put you in charge. Du bist nicht bereit, das Boot zu dir selbst zu nehmen. Ein schlechtes Fischermann. Seine Erinnerungen sind verletzt. Aber ist es der Heilige Wille, der seine Wissen verletzt? Oder trinkt? Ein Sälerer, der seinen Trink nicht beantwortet, ist nur so schämtlos als einer, der seersichert wird. Ich meine, das ist jetzt wieder das typische, jetzt könnte ich es halt 20.000 mal noch spielen, in der Hoffnung, dass ich schnell genug hier Schaden raushauen kann, aber... Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Du bist ein Trink! Geh dich weg! Komm schon... Dabei war das nicht verkehrt! Gut, wir probieren es jetzt ein-zwei Mal noch, aber... Du bist ein Trink! 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 Ja, aber wenn ich das so mache, dann kann ich die Art nicht mehr starten. Weil die mystische Art dazu wäre schon ganz gut. Ja, da haben wir es. Das ist zumindest der S-Rang. Haha! Geht doch! Windnormen-Anzug. Erdnormen-Anzug. Sehr schön. Ich hätte jetzt nicht geguckt, wie viele Punkte ich gekriegt habe. Eie, komm schon! Shamballoon 2, Lafisette, Stufe 5, los geht's! Let's get started! Elements of Creation gather! Ist ja... Geht's altbekannt, ne? Ich hab's! Ich hab's! Elements of Creation gather! Ich hab's! Jetzt müsste ich nur noch irgendwas haben, um seine Cast-Zeit zu verringern. Aber naja. Vielleicht kann man's auch. Ich weiß es halt nur wieder nicht. Eie, Elements of Creation gather! Ja, ist egal. Ich wollte gerade irgendeinen anderen Knopf drücken, um das abzubrechen. Aber das war schnell genug. Gut genug. 800 irgendwas Punkte. Das heißt, äh, auch das Kostüm. Tada! Ja, Mann. Ich mein, es ist schön, dass man die Dinger hier kaufen kann, ne? Aber diese Preise. Wenn ich wenigstens, ähm, die Möglichkeit hätte, durch das Spiel zum Beispiel von dem Shamballoon wirklich... ... immer wieder genauso viele Münzen zu kriegen, wie da gerade... ... beim ersten Mal, dann... ... okay, ja, aber ich kriege nur 800. Und das um eins zu kriegen, das ist... ... muss nicht sein. ... ... und wir werden den Fisch aufrechnen. Hey, dieser Mann ist... ... Dad? Du schreitst wunderschön. Oh, entschuldige mich. Mein Geist hat mir nur ein Moment weggezogen. Wenn du das auf dem Boot machst, dann schreitst du ins Seat. Ja, das ist richtig. Ich werde vorsichtig sein. Gute Glück da draußen! Der Mann? Der Vater? Der Vater? Der Vater? Er war wunderschön. Die Suppression beginnt, die Menschen hier auch. Kein Wunder. Ich mein, die... ... das wird ja nicht so weit weg sein. Kartentechnisch, also... Wir öffnen unsere Arme und haben diesen Vagabond in unsere Stadt. Aber in der Zeit unserer Kindheit... ... hat er uns verraten... ... begonnen, kämpft... ... und dann hat er ein Boot und erlacht. Aber ich war derjenige, die ihn zu sagen... ... ich bin schuldig, auch. Wir müssen mit Criminals schreitzen. Rogues sind immer zu dritten in Hell of Ease, nicht? Huh? Wir sprachen über etwas? Wait... ... hast du vergessen, was du gerade gesagt hast? Ja... ... aber ich hoffe, dass ich nicht etwas... ...strange sagen... Wir sprachen über wie gut du bist. Huh? Don't be so hart auf dich, okay? Huh? Also... ... hier ist glaube ich... ... ah... ... Heiligtum. Natürlich! Im Heiligtum ist auch noch was. Vielleicht darf ich ja wieder... ... Buße ablegen. Wer weiß das schon so genau? Genau. Das ist tatsächlich... Komm, Schöner! Und repens deine wachsenden Werte! Ja, Vater. Ich bin hier! Nein! Nein! Ich war nicht mit dir. Surely, ein Exorcist... ... hat nichts zu retten. Truly, die Sinners... ... sind die Leute du bist... ... die kommen in dieser Cathedral... ... und sagen, was sie bitte. Nein, Vater. Ich habe viele viele Dinge... ... das ich regrette. Zum Beispiel... ... ich habe immer blind... ... unquestioning faith... ... in die Abbey's ideals... ... of reason und justice. In making any decision... ... ich habe nicht meine Hände... ... oder meine Hände... ... oder meine Hände... ... oder meine Hände... ... aber instead... ... relied on the Abbey's answers. I lorded my authority... ... over those I thought to be below me... ... when I didn't even know the truth... ... of how things actually worked. What? I was telling other people... ... how to live their lives... ... when I needed to look at... ... my own flaws instead. But I won't repent for my past deeds. To seek forgiveness from the Empyreans... ... would be to repeat those very same mistakes. I will follow my own judgment now... ... as I strive to make amends... ... for the misdeeds and regrets of my past. Please Lady Exorcist... ... listen to my confession... ... for I have much to repent. Huh? Father... ... why are you crying? Did you hear that... ... that Moloch they were doing experiments on... ... finally broke? Yeah. You mean the one where they were trying to combine... ... multiple smaller Moloch heme into one giant Moloch? I always figured it was a waste of time. Turns out it not only looked like a freak... ... but its shackled mind snapped... ... leaving the thing feral. Huh? Guess they'll have to dispose of it. Yeah. For now they've moved it out to the Faldi's ruins. They're repurposing it as a test target... ... for a new Moloch art and development. At least we'll be able to get some valuable data ahead of it. Using Moloch heme for their own ends... ... is there no line they won't cross? I hope you're not thinking of doing anything unnecessary. Oh? Like what? Like thinking about bringing mercy to a broken Moloch. What I think is necessary and what actions I take... ... are for me to decide. Aizen! That exorcist said they were using the Moloch... ... to get data on a new Moloch art. If it were complete... ... they could use it against us. Stopping that wouldn't be a waste of our time, would it? You think you know just what to say to me, don't you? I'm just stating the truth. Just so we're clear. We're not going to rescue it. No argument here. What the possibility is going to be... ... ver pluralistic... ... oh, Karte, no? Weltkarte so. Danke sehr. Das wo wir hin gehen müssten, dafür wäre... ... Isolde. Danke sehr. Mehr will du garnie wissen. Achso, brauche ich gar nicht. Hahaha. Ha, ha, ha. Äh. Gut, ich mein, hier ist nicht mehr viel los. Wir wissen ja, wir haben mehr oder minder umfreiwillig dafür gesorgt, dass alle Menschen hier zu Dämonen wurden. Aber, pupi! Zuerst ist das, dass die Turtel jetzt gerade so aussehen. Was gibt's? Turtel, Läutern, Embroider? Du meinst, die Turtel ist late, weil er zu viel Zeit zu bekommen, eine neue Design für seine Räume? Ich wusste, dass du mit ihm folgen kannst, mein liebter Läutern. Wir müssen uns warten für ihn ein bisschen länger? Ich bin sicher, dass deine Frau's Antwort kommt bald. Ich habe sie nicht geschrieben, dass sie eine Antwort aufzunehmen. Sie sind eher wie eine Entschuldigung für nicht nach Hause zu sehen. Aber du kannst nicht nach Hause sein, weil der Reeper's Kurs, richtig? Also, warum musst du mit dem Läutern und Dämonen senden? Soon nachdem ich weggehe, meine Frau mir eine Läutern schreibt. Sie sagte, ich bin nicht gefährlich, ich will mit dir sein. Vielleicht der alten Me, als ich wusste, dass es keine Verkaufung dieser Kurs ist, würde ich nach Hause gehen, bereit zu tun, alles in meine Macht um sie zu retten. Aber ich bin nicht der alten Me. Ich habe nicht seitdem ich Eifried und seine Krufe. Ich verstehe. Du hast dein Platz auf diesem Land. Kip, selbst wenn du die Kurs aufzunehmen würdest, würde du nicht nach Hause gehen würdest. Du denkst, dass deine Frau das so wissen? Ich habe sie nicht direkt gesagt, aber ich bin sicher, dass sie es herausfühlt hat. Sie ist smart und sie ist empathisch. Das ist warum sie mir nie eine Antwort aufzunehmen. Du denkst, dass sie eine Antwort aufzunehmen, dass du deine Art von Leben wählst? Das ist wahrscheinlich so, wie sie es sieht, ja. Aber die Verkaufung nicht entschuldigt ist, dass sie nicht entschuldigt. Ich glaube, dass sie nicht entschuldigt ist, dass sie nicht entschuldigt ist. Und du immer aufzunehmen diese Kursen, die Art von Entschuldigung? Ich glaube, es ist nichts so noble als das. Aber sicher, du bist wahrscheinlich nicht zu weit entfernt. Ein Bruder schreibt, dass er niemals eine Antwort aufzunehmen wird. Und eine Schöne aufzunehmen für ein Bruder sie weiß, wird niemals nach Hause kommen. Sie zwei machen es so kompliziert. Sie sprechen es einfach face-to-face und machen es bereits. Es ist nicht so schwer. Hat sie halt recht. Wenigstens ist die Person, die ihm am Herzen liegt, noch am Leben, ne? Ist halt so. Ja, wie man sehen kann, der komische gebrochene Malak ist direkt auf dem Weg. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir dem Bruder oder Übel mal über den Weg laufen. Aber bis dahin haben wir noch Katze, äh, beziehungsweise das geht zwar wieder, natürlich. Ja, Tim, es ist hier noch kohlerer als die letzte Mal. Du bist richtig. Es war nur vorhin vorhin. Jetzt geht es direkt auf die Kugel. Lass mich, dass es warm ist. Nicht Nessa, äh, äh, achschu. Oh, die Stazer gehen rum. Und, achschu! Oh, so cold. Wenn es so schlecht ist, hier ist, ich dread zu denken, was die Geiberg Icefield ist wie. Die Tundra past Mount Killer House? Ist es wirklich so cold? Ich habe in den Mountainsen viele Male Male für meine Training. Mit all den Schnee, ich dachte, es wäre ziemlich schwer für ein normaler Mensch. Äh, achschu! Äh, achschu! Und, 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 achschu! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.